Hi, ich bin Cedar Kingsplay. Ein kleiner, verrückter, verkappter Stalker mitten in Joprippiad, also am Hafen rund um Chernobyl. Mal schauen, was wir hier so haben. Ein bisschen stalken, ein bisschen Tür öffnen, was natürlich nicht geht. Ich hoffe nicht, dass wir wieder diese weißen Wanderer haben. Ich bin ja ein Targaryen, wie wir wissen. Der einzig wahre König. Warum? Überall tote Ratten. Ah, okay, ich kann da durchgreifen. Maus. Maus. Ja, ja. Maus. Maus. Hab ich ein Geräusch gehört? Hat hier irgendeiner gestöhnt, Mann? Ich höre Söhne aus, wenn die alle... Ich ahne jetzt, wer es gewahr. Wer es gewahr? Hallo? Hinlegen. Hinlegen! Sposti, du! So, geht doch. So, Deckung. Hat er ein bisschen was? Ja, gut, Gasmuskenfilter. Nehmen wir mit. Targaryen muss hier beantwortet werden. So viel Blut. Ich hoffe, er ist noch nicht so. Wenn jemand so viel Ratten hinlegt, wird der wahrscheinlich noch am Leben sein. Wie dumm bist du, Igor? Mein Gott, vom Wodka versoffen das Hirn. Also. Unter uns beiden. Ich konnte ihn noch nie da hin. Schön, wenn man so für Geräusche zuschnürtet. Wo du denkst, jetzt ja. Horror. Schön, natürlich. Die sehe ich nicht. Die sehe ich nicht. Ich kann mir hier eine sehr hohe Radioaktivität vorstellen, durch das Wasser, wenn da wieder ein Fass reingefallen ist. Wieso sieht der mich? Kann man diese Sicht weggehen? Das trifft mich natürlich... Ah, fuck. Gut, ähm... Das lief ich jetzt nicht so gut wie gedacht. Ja, ja, ist gut. Ich hab's begriffen. Ja, ist gut. Oh. Oh. Penis. Sag jetzt, ich muss die Mission von vorne anfangen, dann geh ich im Wald scheißen. Oh, nein, ey. Boah, ey, das ist... Es ist so ätzend. Lass mich doch gleich am Anfang der Mission anfangen. Warum muss ich diese verschissen mit euch? Ich raste nicht aus. Es geht mir auf Sack. Dieses Hängenbleiben nervt einfach. Diese Story, die du... Ja, was ist denn nun mit deinem Pripyat? Ja, was sollen denn diese kryptischen Dinger? Und plötzlich die... Das ist so... Ich weiß nicht. Ich hab ja Witcher 10, die... Ich mag ja immer für uns übelst an den Haaren herbeigezogen. Welche Storys und... Boah, das geht ja mir nur auf den Sack. Sorry, dass ich das mal wirklich sage. Ich bin froh, ausnahmsweise irgendwie froh. Dieses Schleichen, dieses... Ja, aber... Was willst du sein, Spiel? Was willst du? Shooter? Die Mechaniken? Warum kann ich dann schießen lernen, wenn ich doch... Nicht ruhiger schieße? Boah, ey. Eine Granate kann ich nicht schmeißen. Gibt's nicht. Bugs hier, Bugs da. Sie sehen mich nicht. Ich hätte jetzt... Ich hätte ganz ehrlich überlegt, ob ich mir den in der Mitte rausfische. Dann den rechts und links. Oh nein, ey. Jetzt bin ich wieder hier. Und mein alternative Geschirr. Du schadest jetzt... Na ja, nein, nein. Was? Hä? Was? Was? Kommt zurück zur Basis. Okay, gut, er kommt. Okay, ich musste wohl wirklich mal sterben. Erkennen es selber? Okay. Ja, ja, ich vertraue ihm jetzt. Ja, ja, mein Gott, geh mir hier auf den Top. So. Was? Nein. Jetzt begin... Beginnt jetzt die Scheiße von vorn? Ist das nicht dein... Ich bin gerade dezent verärgert, was die Scheiße soll. Ich werde mal in die Mission reingehen und gucken, was... Was... Das wirft mich ja jetzt gerade um tausend Kilometer zurück. Als ob ich... Ist das denn wieder Spielwert sein? Ist das das Programm-Ding, wo du sagst, jetzt bist du tot, jetzt kannst du nochmal neue Geschichte anfangen. Ja, ist das schön und gut. Ich kann alles nochmal alleine verfordern. Ich habe die Fähigkeit, Moni, was auch immer, alles mitgenommen. Aber so einen gestreckten, beschissenen Content? Nein. Da beende ich das Spiel vorher und sage euch lieber in irgendeinem Let's Play, wie es ausgeht. Das ist nicht dein Ernst. Mir geht es vor allem deswegen auf den Sack, weil ich so viel Zeit hier reinstecke und dann kriegst du... Oh, fang mal von vorn, fang mal von vorn. Was soll der? Ja, Tag 1. Ich meine... Wirklich? What? Was? Jetzt ist sogar das Fertorial wieder... Da... Was sind die hier, ne? Theoretisch muss ich die ganze Map erkunden. Oh. Holy shit. Die Waffel schlenkert in seiner Hand. Das ist immer so geil. Hui, hui. Wie? 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 Da sind gleich zwei Stunden, das sind ruhig mit mir, einfach mal konzentriert, ich will schnell durch und ich bin etwas dezent genervt. Von dem Spiel aber, nicht von euch. Also alles gut, keine Angst. So, du hast deine erste Quest beendet, jetzt kommt mal bei Michael zurück und jetzt kann ich von dem ja wiederum was lernen, das heißt von dem kann ich jetzt vielleicht wieder irgendwas so überlebenswichtiges lernen oder den nächsten und ich bin mal gespannt. Ich gebe dem ja noch eine Hoffnung, aber wenn ich jetzt nochmals von vorne muss, dann habe ich, dass ich irgendwann diese Chernobyl-Light-Dingsbums, bis ich die besiegt habe, nicht mehr, also bis, also ne, die, die, das Monster, das Kryptonit-Supply Drop fehlt, ja. Mücken. No, no, Tatjana, you play it all wrong, Sunshine. You play it all wrong with C-Miner. After all, it's Chrysler, one of the greatest composers. Ich suche einmal Chrysler, ne, geh ich ihm bald kacken, ich sag's dir, wie es ist. So, Skip, ja, wir haben, oh, Michael, ah, ja, wir sind einer mehr, schön. Er grünen, er grünen, er grünen, er grünen, er grünen, er grünen, er grünen. Der war, wenn ich mich mal vor dir hin. Hm, Tatjana, if it's really you, please. So. Gut. Da entsteht das Ding auch noch, ne, so. Wo ist er? Michael? Können wir neue Abgräte erstellen. Zeit dann verbringen sie. Wo ist er denn jetzt? Hallo? Ist hier jemand? Vielleicht ist er am nächsten Tag, ne? So, kann ich auch irgendwas bei dir lernen, Tiff? Kann ich nicht? Gut, raus, alles klar. Ja, neuer Tag, neues Glück. Mir fühlt einer. Dann hab ich's. Ist ich dein Ernst? Okay, das ist mit dem verbunden. Die da, da, da. Ja, da, 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 da. Okay, okay, okay. So, mal wieder ein bisschen Handbetrieb. Und, Entschuldigung. Manchmal art es halt wieder so aus bei mir. Das ist so, da. Das sind so die Gedanken. Ich mein. Ist ein liebes Pärchen. Ist ein süßes Pärchen. Ja, gehörner zusammen. Knuffig, süß. So. So, Mikael. Wo ist, wo ist der Geile? Da. Dabei. Ähm. Gut, wir tun uns mal die nächste Mission aus, was ihr tut. Ruhe in der Basis. Ruhe in der Basis. Hm. Du da. Du da. Ich da. So sieht es aus. Jetzt kann ich noch ein paar zugewinnen. Ich überlege gerade, Mikael, wer war das noch? Mikael, das war doch der hier verstrahlte Sack. Und das hängt schon wieder auf. Alter, ich kann nicht. Also, es ist unter Leiden, spiele ich das Spiel. Unter Leiden. Es ist keine Leidenschaft. Und vor allem sie so. Und er dann. Ne, no. Es ist mir. Sie, Signora. Was? Ach, noch ein mehr? Uh. Das hatten wir auch schon mal, aber kurz zum Schluss. Juhu. Ich lau' gleich wieder durch, weil ich ahne es. Das ist es. So. Da lang. Gut. Da oben sind gleich die Einheiten, nehme ich an. Die laufen mir lang. Ja. Alles klar. Wow, der guckt auch in meine Richtung. Das war jetzt aber nicht so abgemacht. So. Pssst. 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 Bamm. Gib ihm. So. Dabei. Ach, halt den Sabbel! So. Hatten wir auch. Ein bisschen Kräuter hier. Hanf. Gut, kann ich nicht nehmen. So, die Hallos, dass hier wieder einer reingeht, haben wir nicht. Ich muss hochrennen, sonst klappt es auch nicht. Okay, gut, ich bin ganz dezent auf dem schnellsten Weg, der möglich ist. Ne Ratte? Ja, was ist denn hier jetzt? Da, da drin, glüht es ja auch. Die Ratte ist reingerannt. Shotgun-Munui. Schon seit langem fehlt. So, looten, looten. Chemikalien. Davon bräuchte ich eigentlich noch massiv viel. Brennbar, brennbar, brennbar. Von draußen kann ich auch einfach reingreifen. Was ist das halt? Ah, dieses Spiel. Es trägert meine Hose so sehr. Glänzen röchtet hier alles. So, ich ahne Böses. So, ich ahne Böses. ... ... ... Wo ist die Waffe? Das war's, das war's Alter, ich bin gerade hier, ähm, so hier, weg. Und die allen, no honey, it's T-Minor, von Chrysler. Not Hyundai. Hä? Hä? Oh. Very interested. Ich geh mal so, was passiert. Ich gerade? Ja. Fall ich runter oder nicht? Test, 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 test. Fall ich runter, fall ich runter. Test, test. Schaffe ich es bis zum Schluss? Okay, gewonnen. Wieder zu Hause und Gott sei Dank sind wieder meine beiden Dudes da und jetzt kann ich mal gucken, was ich von dem einen ja lernen kann, weil das wäre jetzt natürlich eine Pracht, dass Michael mir noch richtig schön viel beibringt. Aber er liegt an der Ecke. Hier ist noch Platz für ein paar. Er ist gefailt. Was wundert mich das? Aber 90 Prozent. So. Ich muss mir Erfahrungen sammeln, okay? Ich bin ein erfahrener Taktiker. Ähm, okay. Ich habe meine Erfahrungen also nicht mitgenommen. Ah, okay, gut. Ja, das ist fest. Huch. Kann ich? Wollen wir testen? Ich kann nicht, gut. Hier war gerade die Hoffnung. Ohren heiß. Geht ja nicht immer die Existenz. Ja, ja, das ist... Ich kann hier nicht mit dem Erste-Hilfe-Kasten. Standartin ist jetzt der Auswahl. Gut, wir belassen es jetzt hier mal. Ich lege mich hin. Wir speichern das. Und jetzt ist es finito. Und ich gucke mir vielleicht off-screen nochmal ein bisschen was an. Ganz ehrlich, ich bin hier noch zehnmal im Kreis. Wir fangen jetzt von vorne an. Das heißt, ich müsste wieder stundenlang alles reinstecken. Und das ist halt irgendwo, wo ich jetzt sage, jetzt ohne Mist, leck mich doch an der Pupperts. Aber so wirklich richtig hart. Was bezwecken sie mit ihrer Inhalte-Taktik hier? Michi's little hammer, so wie du mir bist. Das ist schon wieder er. Was wirst du tun? Ah, lol. Okay, geht schneller. Gut, wir gucken beim nächsten Mal rein. Wir nehmen uns mal ein paar Missionen. Was ist denn das nächste? Ein Andenken aus der Vergangenheit. Das. Das bin ich. Das kennen wir ja schon. Dann darf ich wieder in die Luft jagen oder eben nicht. So, das macht er. Das macht er. Dann sind wir fertig. Dann geht's alles wieder rein. in die Mission. Ja, 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 ja. Wir kennen das schon. Erzähl uns bitte was Neues. Oh, ja. C-Minor. Hm. No, no, Tatjana. You played all wrong, Sunshine. It's C-Minor, honey. It always has been. After all, it's Chrysler. One of the greatest composers of our time. Das will doch keiner wissen. Geh doch nicht mit deinem kleinen Kind mit sowas auf den Sack. Das hat sich gerade verspielt. Da ist ein ganz anderer Vogel. So dumm sind die Eltern wieder, ey. Und nochmal. Und nochmal. Please, please, Anna. You see, Tanya, we were all thinking you would want to be a woman. Ui. Und nichts. Und wieder einmal nichts zu hören. Und ich hoffe, er speichert nur gleich nebenbei, weil... Ja. Wenn ich jetzt wüsste, weil ich zuletzt gesehen habe, dass er gespeichert hat, ne? Dann will ich jetzt sofort beenden. Und sagen, Juleko, schmacko, fahr zu hoch. Hoppla. Ich möchte mich den anderen Soldaten mal befreien. Hey. What the hell? How did... Those... What for? Hey, I'm lost. Wait. So. Don't leave me here. I will. Listen. Oh. Kannst du dich auf mich verlassen. Und sein Gesicht kennen wir ja. Das ist irgendwie... ...zu geflext. So. Auch das kennen wir ja alles schon. Upsi. Oh la la. Ja, ja, ja. Hier ist das Munitionslager. Hier sind da die sowieso schon tot waren. Ah, hier ist wieder das Vieh. Könnte ich das nicht mit rausnehmen? Also mal so rund. Ich komme nicht durch. Gut. Da sieht mich doch einer. Ups. Ups. Oh, boah, hier. Die kriegen halt auch nichts mit. Ich bin schon extra los ruhig, damit man hört. Da ist kein anderes Sound. Da ist nichts. Das bin nur ich. Woher kenne ich nur all die Abkürzung? Oh, das Spiel kommt mir bekannt vor. Nein, woher doch? Ach, das ist ja zu. Hier schnell durch. Hier ist keiner. Oh la la. Ach, er ist ja auch noch hier. Okay, gut, ja. Sein Bruder, lange Haare. Gut, danke. Er geht mal auch unter den Masken. Hallo. Pssst, werde ich nicht. Du wirst es doch auch. Alles gut, was geht? Ich bin gierig. Mein Lut. Ach ja, wer hat es erwartet? Oh, du hast es. Huch. Huch. Hätt ich schießen. Dankeschön. Könnte ich nicht aufnehmen, gut. Jetzt ist er aber gut hier. Ja, hat mir schon mal. Nein. Nein, nein, nein. Lass mich aufstehen. Lass mich aufstehen. Auf, 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 auf. So, auch das hätten wir. Jedes Mal anders. Die sind schon paar Mal gestorben. Huch, so. Ups. So. That's it. Eigentlich wollte ich bei ihr vollständig zu beenden, ne? Gut, das machen wir jetzt mal, glaube ich, auch an der Stelle gleich hier, wenn... Ende im Gelände ist. Ja, da oben ist die letzte Mission. Wir jagen es wieder in die Luft, würde ich sagen. Wir stellen uns dem Problem. Ganz männlich. Wir jagen es in die Luft. Einmal noch hoch. Kann ich nicht, doch. So. Ja, moin. Hat er mit dem Kopf gezuckt? Sprengen. Das können wir schon. Ja, jetzt geht's los. Stürzt es anders ein? Nein. Und die Soldaten dürfen auch wieder und langlaufen, wie immer. Das Geräusch kennen wir, das ist meistens nicht gut. Heißt das jetzt nicht gut? Nein, dann denken wir aus der Vergangenheit. Ja, weg damit. Brauchen wir nicht. Nee, guck mal. Da oben war einer. Das heißt, die sind jetzt auch schon in meiner Zeitlinie hier unterwegs. Das ist ein bisschen kurios, oder? Die Nacht bin ich da. Jetzt bin ich weg. Trick 17. Fand er, glaube ich, nicht so cool. Ach, da war doch was, was nicht so cool war. Ja, und es hängt wieder. Ja. Also, ich sag jetzt mal so, unter uns. Es nervt. Es nervt. Dezent. Aber ich will da jetzt auch gar nicht so und so ein Drama draus machen. So wie jetzt. Ich sage schon, sie ist vollständig. Bitte, 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 Anna. 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 Oh, Anna. Oh, sie. Oh, oh. Oh. Ich meine, honey. Es war immer so. Was ist passiert, Igor? Was ist passiert, Igor? Sicher, sicher. Herb ist super wichtig in der Wilde. Glückwunsch. Mein Vorteil, mehr Kapazität. Ich habe noch einen Punkt, ne? Okay. Dann schlafen wir jetzt. Ich lasse es mal einfach sein. Ja. Hier habe ich aber schon überlegt, ob ich mir so ein Tutorial oder so ein Guide oder irgendwie sowas angucke. Weißt? Irgendwie. Ähm. Warte, 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 warte. Wir machen jetzt mal einfach Pause. Wir machen jetzt mal... Was? Sicher. Gut, das ist wieder die Vergasungszeit hier, ne? Gut, aber wir machen jetzt Pause und sehen uns definitiv erst. Vielleicht irgendwann wieder. Ciao.